Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Vulcanoids und ja, wir befinden uns in, äh, wir befinden uns auf der ersten Insel und wir wollen gucken, ob wir grüne Technologien woher bekommen und zwar den Analysator. Ich weiß nicht, ob wir den drüben herbekommen, auf der anderen Seite. Vor allen Dingen, hier sind überhaupt gar keine Koks mehr unterwegs, ne, hab ich das Gefühl. Irgendwie fühle ich mich hier gerade so ein bisschen alleine, auf der Insel, also auf der Startinsel. Oder sind die jetzt alle nur noch drüben? Weil irgendwie wirkt das hier so leer, seitdem wir einmal drüben waren, im zweiten Bereich. Ich meine gut, wir sind jetzt natürlich gut ausgerüstet, ne, wir haben jetzt natürlich jede Menge Waffen. Im Prinzip können wir es mit drüben aufnehmen, also mit der zweiten, mit dem zweiten Bereich der Insel. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal rüber, oder? Haben wir denn genug Waffen und Granaten und so? Ja, ich glaube, es dürfte reichen, ne, erstmal. Für uns zumindest. Ähm, wir haben ja neue Waffen, ne, die wir eigentlich auch mal austesten können, oder? Wisst ihr was? Wir fahren einfach mal rüber. Wir gehen mal drüben gucken, ob wir drüben ein wenig, äh, ja, neue Sachen holen können. Wir brauchen den Analysator halt. Das ist jetzt erstmal das Erste, was wir auch was brauchen. Ein Analysator. Oha. Du. Dummdi-dum-di-dum. Dummdi-dum-di-dum. Was wollte ich gesagt haben? Ähm. Ja. Genau. Ich freue mich schon, wenn wir hiermit so weit fertig sind mit dem Spielchen. Ich kann es kaum erwarten. Ich weiß auch gar nicht, ob es hier überhaupt ein Ende gibt. Das kommt ja auch noch drauf, äh, dazu. Ähm. Und, ich glaube, das habe ich schon mal angesprochen. Äh, ich habe tatsächlich schon ein weiteres Spiel, was, äh, was euch hier erwartet auf dem YouTube-Channel. Das wird einigen vielleicht, es wird einigen was sagen, weil das schon ein Spiel ist, was ein bisschen älter ist, aber neu aufgelegt wurde. So viel kann ich schon mal verraten. Ähm. Wo ich gerne noch mal einsteigen möchte. Also, ich habe es damals durchgespielt. Es gibt auch zwei Teile davon. Und, oder sind es drei? Ne, zwei, glaube ich. Genau. Und beim zweiten gibt es, glaube ich, noch mal so ein zweites Add-on oder irgendwie so. Und, ähm, ich freue mich da noch mal reinzuschauen. Denn, äh, ich verbinde da sehr viel mit und sehr viel Erinnerung. Weil es halt schon so alt ist. Und es wurde halt, wie gesagt, neu aufgelegt. Und deswegen, ähm, würde ich euch da gerne mitnehmen wollen. Es ist ein reines Story-Spiel. Ich glaube, es gab früher auch mal ein Multiplayer. Ich weiß gar nicht, ob es in der, ähm, es hat tatsächlich auch einen anderen Namen bekommen. Aber es ist im Prinzip dasselbe Spiel. Nur, wie gesagt, neu aufgelegt. Von anderen, äh, ich glaube von, ich glaube von Fans oder so. Die haben das, glaube ich, selbst erstellt. Und, so, hier fahren wir rüber. In den zweiten Bereich. Äh, genau. Es wurde nicht von Fans erstellt. Von, ja, doch schon Fans. Aber halt, äh, von, ähm, von, äh, Leuten, die quasi, äh, da auch Spaß dran hatten. Das, glaube ich, nochmal zu spielen. Und so, das nehme ich alles mit und dann gehen wir hier hoch. An der langen Küste. So. Dann sind wir drüben. Jetzt bin ich sehr gespannt. Jetzt, was uns jetzt erwartet. Jetzt wird es bestimmt mega lustig. Ich rüste mich schon mal aus. Ratatatatatatata. Ratatatatatata. Nur so viel zur Info, dass ihr da schon mal ungefähr wisst, was euch erwartet. Vielleicht kommt ihr ja schon drauf. Ich weiß es nicht. Oh, wir kriegen Kundschaft. Guck mal. Gesellschaft. Wir haben jetzt bestimmt direkt angegriffen, ne? Natürlich. Klar. Klar. Warum denn nicht? Wir sind noch nicht ganz oben. Alter, ging das schnell. Wir waren noch nicht ganz oben, aber schon, äh, ja. Gut. Ich schicke es direkt trotzdem einmal weg, weil hier bin ich mir nicht so ganz sicher. Ähm. Uff. Äh. Uff, holy. Ah, 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 ah. Okay. Aber das muss ein bisschen geübt sein mit der, mit der, äh, MP. Sensoren. Nehmen wir mit. Sehr schön. So. Ähm. Da müssen wir gucken. Wir brauchen, was war das? Die grünen, ne? War das Forschung? Ah, ich bin nicht unschlüssig. Das sind, sind das grüne oder sind das blaue da hinten? Im Prinzip können wir mit. Ich bin nicht unschlüssig. 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 Ähm. Alter, was ist denn hier los? Ich bin gleich down. Holy Jesus, Alter. Oh nein, da kommt schon der nächste. Die MP bringt es irgendwie nicht, oder? Meint ich das nur? Ja, warte mal eben. Junge Mann, warte mal eben. Wir sollten uns auf jeden Fall beeilen, das Schiff mal ein bisschen zu zerstören. Sonst haben wir gleich echt das Problem, dass wir hier immer wieder Kundschaft haben. Alter. Ho, 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 lad nach. Ich hab keine... Hab ich nachgeladen? Alter, was ist hier los? Oh, ich muss mit Granaten arbeiten, glaube ich. So, jetzt aber rein hier. In die Olga. Alter Schwede. Ich hab keine Rüstung, ne? Proben nochmal irgendwie ein Respawn-Punkt. Ne, ne? Okay. Puh. Ähm. Lager. Hydraulikbauteil. MP2-Munition. Granaten, Pumpe, Sensoren. Granaten. Ja, wir müssen nur auffassen, dass wir nicht zu viel mitnehmen, sodass wir wieder Platzmangel nahe haben. So, Modul zerstören. Ich glaube, eins ist noch, ne? Oder? Haben wir da irgendwo ein Modul? Da hinten. Modul. Die kommen. Oh, warte mal. Nehm ich mit? Nice. Oh, ernsthaft? Really? Bin gleich bei euch. Ich hab ehrlich nicht getroffen. Jetzt, ernsthaft. Ist aber auch, äh, tricky, ne? So. Welches Modul muss ich noch zerstören? Da oben? Jetzt hab ich mich selbst getroffen. Toll. Oh. Haben wir geschafft, aber mit, äh, Hindernissen. Muss ich sagen. Die MP gefällt mir noch nicht so richtig, muss ich sagen. Die MP gefällt mir überhaupt nicht, muss ich wirklich sagen. Oh, geil. Wir kriegen neue Teile. Nice. Ein Stufe 2-Ship. Irre. Haben wir Teile, glaube ich, bekommen. Oder sogar Stufe 3, bin mir nicht sicher. So, jetzt können wir unser Schiff nämlich hier rufen. Das würde ich einmal machen wollen. Äh, mit der... 7. Genau. Hier, guck mal hier. Stahlrumpfteile 3. Nice. Ehre. Aber wir brauchen immer noch den Analysator. Den wir immer noch nicht bekommen haben. Und ich möchte noch ein bisschen wieder Rüstung bauen. Puh. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Oh, warte mal. Da liegt noch ein Teil. Moment. Halt. Stopp. So, jetzt aber. So. Tür war... War das hier? Nee, andere Seite, ne? Oh, hier fehlt eine Tür. So. Äh. Was wollte ich gebaut haben? Ich wollte Granaten gebaut haben. Ich wollte... Einlagern. Das wollte ich reinpacken. Das, das. Das, das. Stapeln. Ja, ich wollte Granaten gebaut haben auf jeden Fall. Oh, juh, 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 jede Menge wollte ich gebaut haben. Gucken wir mal, ob wir das mal eben schnell hinkriegen. Nein! Oh, ernsthaft. Ich sollte vielleicht einfach mal die Waffen hier wegpacken und nicht mehr die Maustaste benutzen dafür. Es tut mir leid. Ich bin so aufgeregt, weil das hier so spannend ist. So, äh, weg, weg. Und dann lass mal bauen. Oh, ich nutze jetzt nur noch E dafür. Äh, Munition. Und wir brauchen die hier Eisenrohre. Und wir müssen unter Tage. Aber ganz schnell. Achso. Können wir ja hier mitmachen, ne? Aber wieso dauert das denn jetzt so lange? Das ging doch viel schneller beim letzten Mal. Weil wir es geupgradet haben irgendwie. Komisch. Warum ist es beim Upgrade denn langsamer? Verstehe ich nicht. Das war merkwürdig. Komisch. Gut. Hiervon brauchen wir noch was. Und wir brauchen Granaten, ne? Dafür brauchen wir Kupferschrauben. Krass, dass das so lange jetzt dauert. Verstehe ich echt nicht. Das ging doch viel schneller beim letzten Mal. Woran liegt das denn? Hm. Echt merkwürdig. Dass das so lange dauert, ist schon heftig. Äh. Hä? Hier dauert das jetzt auch so lange. Was ist denn hier los? Kann man das nicht beschleunigen irgendwie? Hier. Guck gerade mal, ob wir irgendwie vielleicht, äh. die Möglichkeit haben, irgendwie das zu beschleunigen jetzt auf einmal. Warum ist das denn? Zur gleichen Ausführung, aber... Wieso ist das so lahmarschig? Systemanzeige? Systemanzeige ist ganz toll. Aber warum ist das auf einmal langsamer geworden? Das ist mir ein Rätsel. Das war doch alles viel schneller. Hm. Ja, Kupferschrauben. Ach, Kupferschrauben. Ich stelle Eisenschrauben her. Hm. So. Wo ist die Reihenfolge noch besser, ne? Genau. Ich verstehe es halt nicht, warum wir es halt so unheimlich lange brauchen jetzt für die Sachen. Woran? Oh, da liegt es jetzt daran, weil wir unterirdisch sind. Ich fahre jetzt mal wieder raus. Nein, ich rufe Drillchip. So, sechs. Äh. Können wir nicht? Kann das sein, weil oben... Kundschaft ist. Hm. Genau, wir müssen auch noch Dings ausrüsten, ne? Ah, da ist jetzt ein Schiff. Okay. Äh, wir müssen... ...unbedingt Rüstung bauen auch. Das nehm ich auch noch mit. Und dann lange Küste, wo wir vorhin auch waren. Gut, so. Äh, Rüstung. Am besten zweimal Rüstung würde ich bauen. Wenn das geht. Äh, Modul, Werkzeuge, Komponenten... Hä, wo haben wir es denn? Bin ich jetzt doof? Hä? Hä, wo ist denn Rüstung? Ach, hier. Ich bin so blöd. Oh, Sprengstoff können wir auch bauen, ne? So. Ich will mal... Ich will mal vielleicht mal zweimal Sprengstoff bauen. Mal gucken. Mal vielleicht mal ausprobieren. Wenig Kohle? Oh, äh. Ernsthaft? Wenig Kohle? Wir haben wenig Kohle? Vielleicht deswegen? Aber unsere Energie ist doch top, ne? Oder? Ja, doch. Das passt alles. Kann sein, dass es deswegen so langsam ist. Aber glaube ich nicht, oder? Oder? Keine Materialien mehr. Okay. Aufgaben lernen. So. Äh. Das kann man nochmal herstellen. Dann gehe ich mal eben schnell die Sachen holen. Äh. Die Granaten hätte ich gerne. Die Rüstung. Und genau. Den Sprengstoff. Den ich mir mal auf die zwei packe. Äh. Auf die acht. So. Dann... Nehme ich mal wieder die drei. Und dann gehen wir nochmal ein bisschen auf Reise. Ich schicke unser Schiff mal eben weg. Jetzt mal gucken, ob ich drücke den richtigen. Nein. Ich drücke mal den falschen. So. Wir wollen... Ein wenig Technologie wiederholen. Unser Inventar ist halt so voll, ne? Rüstung machen wir auf jeden Fall. Wir sollten mal Rüstung anziehen. Traue ich mich oder traue ich mich nicht? Ich weiß nicht, wie das mit der acht... Fünf Sekunden. Kann ich das einstellen? Acht Sekunden, zwei Sekunden, fünf Sekunden. Oha. Acht Sekunden, zwei Sekunden. Warte mal. Ja, bin gleich bei dir. So, dürfte reichen. Glaube ich jetzt erstmal. Jetzt erstmal gucken, dass sie irgendwo... Da respawn. Ja, Eisenschreit nehmen wir mit. So. Äh. Was? Wo kam der denn her, Alter? Hilfe. Just a moment. Ja, ja, ja. Wo ist er? So, dann nehmen wir mal nochmal die fünf hier in der Hand. Ah, Technik-Kopf. Ja, ganz toll. Wir brauchen aber ganz andere Sachen. So. Was haben wir denn hier alles? Äh. Jetzt nehme ich den scheiß Kupferschrott schon wieder mit. Ne, will ich gar nicht. Meine Frage ist jetzt, kann ich... Pumpe? MP2-Munition ist ganz toll. Kraftmodulstufe 2, ja. Äh, wenn ich jetzt hier zum Beispiel die acht nehme, ne? Und sage, ich nehme jetzt hier... Acht Sekunden! Oho. Explodiert das jetzt? Ja, das explodiert. Okay. Acht Sekunden. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Juhu! Das klappt ja super. Okay, das ist für Dings natürlich praktisch, ne? Für, äh... Für so... Um das halt alles zu zerstören, ist das natürlich mega praktisch. Muss man ja einfach mal sagen, ne? So, kriegen wir hier noch irgendwie was Besonderes raus? Ich nehme natürlich alles mit. So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Wahrscheinlich haben wir, glaube ich, unser Inventar voll. Oh, da hinten würde ich hin. Da ist noch ein Forschungsschiff. Äh. Stufe 2 und alles. Das brauchen wir alles gar nicht mehr. Das will ich auch gar nicht haben. Das, das, das will ich alles gar nicht haben. Wir haben bisher einmal Stufe 3 gekriegt. So viel Mun- So viel Munition für die MP haben wir auch nicht mehr, ne? Warte mal, Map. Stufe 2, okay. Da ist grün. Das ist super. Wir müssen aufpassen, dass die da hinten nicht kommen. Oh, das Schiff hat uns schon gesehen. Ist aber nicht schlimm. Alter. Alter. Holy shit. Äh. Uff. Alter, Hilfe. So, warte mal. Ich sollte mal die Rüstung wieder anziehen, ne? Ja. Da hast du bestimmt was bei dir, ne? Ah, toll. Äh. Ja, das ist doof. Oh, Mist. Oha. Oh. Soll mich gleich mal heilen. Ich heil mich mal eben. Ich weiß, die spawnen neu. Ist mir aber gerade mal egal. Äh. Die zwei. Ist nix bei sich. Shit. Shit. Granaten. Ihre. Chefs Forschungs. Ja, nehm mal mit. Frachtraum. Hydraulik. Pumpe. Kessel. Rohrkristallproduktion. Ja. Sensoren. Aber immer noch nicht das, was wir brauchen, ne? Den Analysator. Immer noch kein Analysator. Ist oben auch noch so'n Ding? Ja, natürlich. Klar, warum denn nicht? Äh. Okay. Alles nicht so schön. Äh, was? Oha. Rüstung auch schon wieder fast weg, ne? Nur so zur Info. Ja. Ja. Ich bin weg. Ciao. Puh. Ja. Boah. Nee. advantages.